Alter wie viele Kühe kommt jemand her mit Kühe holen? Wir haben kein Zimmer wo du bist. Ja sag ich ja. Hä? Ne was? Ich hab vorher gesagt, wenn du vor der Farm stehst und der Ozean ist links musst du rechts latschen. Das ist Richtung uns. Nein. Du weißt das ist nur ein kleiner Fluss ist der links da. Wenn du vor der Farm stehst. Ich dachte das ist das Meer. Hast du deine Sichtweite so... Schwein! Schwein wir brauchen noch einen Schwein. Janis, willst du mich verarscht dass du deine Sichtweite so klein hast? Was? Wenn du vor der Farm stehst, links, das ist ein kleiner Fluss da gehts links. Weine mit ganz viel Wald. Oh Mann. Ja das meine ich ja genau da bin ich lang gelatscht. Oh schnummer Schwein! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Alter ich könnt wetten ich find ich nicht mehr zurück ich glaube ich muss ein eigenes Team gründen. Haha. Der Outlaw! Alter hier sind so viele Kühe und Schweine... Verdammt. Ja sag mir mal deine Cordis! Ach genau meine Koordinaten das wär vielleicht schlau. Hier äh ich bin bei minus 141. 149. Ja, warte sofort, ich muss mir erst Essen holen, dann komme ich. Alter, hier sind so viele Viecher. Ja, okay, jetzt kannst du sagen, Minus? 149. 149? Ja, Minus 150 jetzt. Ja, und? Und Z ist Minus 479. Wat? Ja, ich bin einmal durch den kompletten Wald durchglaufen. Du bist 250 Blöcke von uns entfernt. Ja, aber hier hat es Viecher. Ja, was soll ich denn mitbringen? Äh, ein Weizen für dich und eine... Ja, ein Weizen. Und eine Karotte wäre nicht schlecht. Und mein Inventar ist voll, sehe ich gerade. Ich habe gerade... Die Karotte hast du. Hä? Die Karotte hast du. Ich habe eine Karotte, ja. Also Jonas bewacht hier, gell? Wie kann man so Pilze schneller abbauen? Weiß ich nicht. Was war Z? Z war... Minus 412 oder irgendwas. Ach du Scheiße. Bist du einmal durch den kompletten Wald gelaufen? Ja. Ich sammle hier so lange ein bisschen Seeds. Wir brauchen keine Seeds. Natürlich, für ein Feld. Wir haben ein Feld. Wie groß ist das? Na ja. Na ja. Alter. Okay, ich muss noch weit in die Richtung. Hier ist ein Huhn. Du kommst irgendwann auf eine Lichtung. Ja, warte mal. Ja, ich bin bei dir. Ja, siehste. Guck, und hier ist eine Kuh. Und da ist ein Schwein. Und da hinten sind nochmal Kühe und Schweine. Und nochmal und nochmal. Und Hühner brauchen wir jetzt nicht, weil ich habe 14 Eier und da werden wir... Ja, was soll ich dann mitnehmen? Dann nehme ich Schweine. Ja, wir haben ein Schwein schon. Ach nee, warte, ich meine ich nehme Kühe. Ja, nimm du eine Kuh und ich eine Kuh. Warum nimmst du nicht mehr? Oh, warte, nee, hier hinten sind Kühe, Juli. Da sind mehr Kühe. Hier. Da hinten. Wisch du mich noch? Ich bin direkt hinter dir. Hier ist eine Kuh. Und da hinten... Da ist ein Huhn. Und nochmal ein Huhn. Ich schlachte die Hühner. Hallo. Muus, Muus, kommt mal zu mir. Eine Mu? Da. Die Mu da oben. Hallo. Komm mal bitte runter. Lol, ist das ein schwarzes Ei, was hier liegt? Nee. Ach, das liegt einfach nur im Schatten. Ich hab nur eine Mu. Ja, dann holen wir halt nachher nochmal eine. Ich lauf hier nicht nochmal her. Ja, dann lauf ich halt nochmal. Weißt du dann, wo es heim geht? Ja, ja. Ja, okay, komm. Oh, da soll ich auch eine Kuh nehmen und nachher das Schwein holen, weil Kühe sind wichtiger, oder? Ja. Ah, Huhn. Weil ich hab jetzt 16 Eier, das reicht hoffentlich. Nein, ich kann keine Eier mehr aufnehmen. Du hast ja schon so viele, gell. Weg mit dem Rosenstrauch. Trissi, Status. Amen. Warte, wo ist eigentlich hier unsere Base? Kann ich dir sagen, siehst du mich? Ich lauf gerade hin. Ich seh dich nicht. Ich bin hier oben auf dem Berg. Ich seh dich nicht. Wo bist du? Irgendwo unten, mit einer Kuh. Und ich seh da, da backt eine Kuh in zwei Erdblöcken rum. Oh, scheiße. Ich bin jetzt hier oben, oben, wo jetzt die Sonne Richtung, wo die Sonne untergeht. Jetzt halt mal schnell die Luft an, ich komm, ja. Weiß nicht, ich glaub aber Jonas baut gerade scheiße. Warum? Weil er gemütet ist. Hasch das im Urin? Weiß nicht. Ich vermute das. Oh, oh, Eier. Äh, denk ich auch. Alter, hier liegen so viele Eier. Oh, Mann, Ei. Was ist denn? Ich bin in 2xF5-Modus. Damit ich sehe, dass die Kuh hinter mir herläuft. Jawohl, und die Kuh ist immer noch hinter mir. Juli, du musst dann halt auf mich warten, weil ich hab die Zäune dabei. Ja, ich bin gerade auf dem Weg. Soll ich Obsidianer bauen? Hm. Hallo? Ja, bitte ich schon. Am besten, wie für die erst du hast. Und nochmal, wie für die erst 10 Stück. Jawohl, ich bin da. Ich bin da. Was, du bist schon da? Klar. Okay, krass. Da lagen die Kuh noch... Nein, jetzt ist die scheiß Kuh stehen geblieben. Komm jetzt. Kuh. Kuh. Ne, du scheiß Kuh. Hier. Komm, Runda. Schnöcki. hat jemand Fackeln, um da den Stall auszuleuchten? Ne. Wenn jetzt hinter mir ein Creeper spawnt... Ah, zwei Zombies. Drei Zombies. Ich bin nicht alles voll mit Zombies. Ich habe keine Rüstung. Komm, Kuh. Komm. Zwei Mini-Zombies, will ich mich jetzt verarschen? Oh, leck. Leck. Alter, drei Mini-Zombies. Oh, oh, Mama. Oh. Du hast eine Rüstung. Ich habe nur... Ich habe nur einen Harnisch. Nur ist gut. Alter, Mama. Mama, 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 Mama. Oh, Skeletchen hinter mir und Zombie, oh. Oh, ich habe es gerade geschafft, die Kuh noch einzukesseln. Ich komme jetzt. Komm mit, Kuh. Komm mit. Jonas, du weißt, wenn du scheiße, Bauscheln gibt es Ärger. Warte, ich schreibe dir mal. Oh, Enderman. Enderman. Oh, Scheiße. Zwei Creeper. Da. Ah. Fünf Creeper. Wo bist du denn? Weiß ich nicht. Ich kann nicht mal mehr Holz mitnehmen. Komm, Kuh. Komm mit mir. Ich gehe jetzt erstmal hoch und lade mein ganzes Zeug ab. Oh, fuck. Komm, Kuh. Ich höre doch schon wieder ein Zombie, Alter. Wir spielen auf easy. Nicht mehr auf normal. Komm jetzt, Kuh. Komm. Halt, die Eier wollte ich behalten. Komm, Kuh. Jawohl. Muss ich mal einen zweiten Ohrstubkel aufsetzen. Halt, nein, die Karotte brauche ich noch. Joen.